Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich gehe jetzt zu den Minen hinauf. Und zwar sind hier oben im Hocker. Da hat es alte Minen, die wir noch anschauen können. Und ja, dorthin gehe ich jetzt. Zuerst aber kann ich noch irgendwelche Früchte posten für mein Morgen. Ich habe jetzt meine obligate Früchte geholt. Ananas mit Mango. Ich habe den Fruchtverkäufer noch gefragt, ob sie hier vorkommen. Und er meinte, hier in Zacatecas, also in dem Bundesstaat, haben sie keine, weil das vermutlich hier viel zu trocken ist. Es hat hier mehr Kaktus und so. Man sieht in der Strasse, überall verkaufen sie die Kaktus, die die Leute vielfach essen. Und ja, die Mango ist jetzt auch nicht wirklich der Oberhammer. Sie müssen sie von einem Nachbarsstaat importieren und so, wo es die gibt. Oder sogar noch weiter unten. Und ja, es ist auch etwas teurer. Und die Ananas schmeckt nicht ganz so gut. Also es ist schon, je weiter rauf man kommt, umso weniger Früchte gibt es. Die tropischen Früchte kommen dort natürlich nicht mehr vor. Und ja, das englische Paar, das ich kürzlich kennengelernt habe, hat gesagt, im ganzen Norden oben, dort essen sie hauptsächlich Fleisch. Also Früchte essen sie dort fast nicht. So, das bin ich da schon angekommen. Es ist gar nicht so weit weit. Und da gehe ich nicht so weit oben. Ähm, Mina L. Eden sieht da im Hintergrund. Und genau, die gehe ich jetzt anschauen. Jetzt haben wir hier gerade unseren Helm bekommen. Und ja, jetzt haben wir hier glaube ich gerade so eine ganze Tour. Ähm, das sind ganze viele Leute. Und ja, da kann man glaube ich nur mit Guide rein. Von daher auch gerade gut. Ich habe vorhin gefragt, ob sie irgendetwas auf Englisch haben. Und dann haben sie mich eigentlich nur ausgelacht. Aber ich glaube eben, ich habe ein Prospektchen gemeint. Und sie haben natürlich gemeint den Guide, der dann auf Englisch spricht. Aber ich sage mir jetzt dann auch ein Kind in Spanisch reden. Das ist kein Problem. Jetzt sind wir gerade mit dem Zügel hierher gefahren. Und jetzt sind wir hier in der Mine. Ähm, ja, wir sind jetzt irgendwie zwei Minuten hier hineingefahren. Also wir sind jetzt hier recht tief in den Berg hin. Also wir sind jetzt hier recht tief in den Berg hin. In der Kärlekarsel, in unserem Fall, sind die mineralische Dialogs und Kärlekarsen. Und das ist jetzt von der Kärlekarsel. Und deshalb wissen wir, wie es war. Und wir passen über den Mundrum. Und wir schauen uns hier auch in den Teich. Ja, die haben da tatsächlich einen Club eingerichtet. Und jetzt sind wir in der Mine. Da hinter mir. Ähm, weit hinten seht ihr vielleicht, da ist eine Bar und alles. Also am Samstagabend ist da irgendwie bis am Morgen um 3. Ähm, ja, gibt es da Party in der Mine. Sehr geile Däte. Jetzt ist die Tour also fertig. Es war relativ schwierig dort drin zu filmen, weil alles mega dunkel war. Ähm, aber es war sehr sehr interessant. Das Ganze ist etwas dunkel gegangen oder sogar noch etwas mehr. Also hat sich da richtig Zeit genommen. Und, ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da seid. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz cool gewesen. Ganz gut gemacht. Leider habe ich nicht alles ganz zu 100% verstanden, weil es alles auf Spanisch war. Ähm, ja, und vor allem mit so meinen Vokabularen komme ich jetzt halt wirklich noch nicht so 100%ig zu Schlagen. Aber, ähm, ja, es war auch gut gewesen, auch wenn man kein Spanisch kann. Oder nicht so viel. Ja, und jetzt gehe ich vermutlich etwas zuerst mal etwas essen gehen. Und dann nachher gehe ich hier auf den Aussichtspunkt. Ist auf dieser Seite, vielleicht seht ihr das hier durch die Bäume durch. Dort hinten. Dort hochwettest du jetzt nämlich. Normalerweise kann man mit einer Gondel von hier, ja, dort drüben. Aber die geht jetzt nicht. Aber ich hätte sie sowieso nicht genommen, von dem her. Ähm, ja, jetzt würde es dann vermutlich der Top einfach etwas weniger Leute haben, nehme ich an. Die ist jetzt gerade irgendwie ausser, ähm, ja, ausser Betrieb. Warum auch immer. Und, ähm, ja. Ja. Ich schraxle jetzt mal dort ein wenig den Berg drauf. So. Ich lebe jetzt hier in der schönen Mittagssonne. auf den Berg hoch. Hier oben sehen wir das Ziel. Ist nicht mehr allzu weit. Aber dafür recht steil. Aber, wie ihr seht, ist eine recht geile Aussicht hier. Ich bin gespannt, wie es von oben ist. Übrigens. Warum, dass ich so atmen würde, sonst nicht atmen. Aber. Aber. Zacatecas ist ja. 2400 Meter. Und das ist nochmal ein wenig höher. Als alles andere, was ich bis jetzt gewesen bin. Ja. Sonst wäre es natürlich einen Kindergeburtstag hier oben. Spazieren. Haha. Oh, die Höhe. Oh, die Höhe. Übrigens. Ich würde euch nicht empfehlen, barfuss hier oben zu laufen. Oder allgemein barfuss in Mexiko rum zu laufen. Weil es sieht meistens etwa so aus. So überall. Scherben auf dem Boden. Ist leider so. Das sieht man überall. Darum. Für alle. Barfuss-Fetischisten. Ah, ah. Können wir in der Schweiz machen, aber nicht in Mexiko. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin hier oben angekommen. Und äh. Also dort hoch gehe ich nachher noch. Das ist dann der allerhöchste Punkt. Da hat es noch eine Kirche. Und äh. Natürlich kann man jetzt auch mit so einem Zügel hier oben fahren, wie ihr jetzt da im Hintergrund seht. Also man muss nicht laufen, wenn man nicht unbedingt will. Und jetzt. Zeige ich euch die Aussicht von hier oben. Ja, da unten seht ihr jetzt. Gerade dort ist alles schwarz. Also verkohlt. Und die Leute hier dann meistens anstatt das Zeug schneiden oder zurückstutzen. Und dann machen sie das Ganze einfach. Dann werden sie einfach verbrennen. Ja, das sehen wir eigentlich überall hier. Es ist eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Es ist einfach ein wenig für uns. Die Schweizer. Tut es fast ein wenig weh im Herzen. Ja, ich bin hier weit und breit der einzige Mensch, der hier um die Zeug läuft. Es hat hier vorne schon Leute. Man kann auch mit dem Auto rauf fahren. Aber äh. Ja, so ein wenig hier hinten, richtig eben zu diesem Hocker hier, den wir vorhin gesehen haben. Ja, hat es eigentlich gar keine Leute. Eigentlich erstauerlich, weil es ist eigentlich noch schön da. Also man kann so richtig ein wenig wandern. So geil Leute. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Einfach voll die eindrückliche Landschaft. So richtig so Mexiko, wie man es sich vorstellt. So wie so ein Bilderbuch. So mit denen, die hügelige Landschaft da so ein wenig. Aber alles relativ kahl. Sieht richtig geil aus. Und da ist noch, ich glaube das ist Guadalupe. Ähm, das ist Nachbarstadt eigentlich von Sacatecas. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich meinte es. Ja Leute, ich war vorne gerade im Starbucks gewesen. Da haben wir ein Frappuccino gegönnt. Und habe noch meine Unterkunft reserviert. In die nächste Stadt. Und ähm, ich habe Glück. Ich kann wieder Couch surfen. Und die Person hat schon bestätigt. Wir haben schon auf Whatsapp geschrieben. Es sind gut und alles. Tip top. Und äh, mein Ticket habe ich auch gerade gekauft. Mein Busticket. Ähm, da fahre ich jetzt mit Omnibus. Das ist so eine Busgesellschaft, die eher so etwas im Norden oben fährt. Ähm, hier in Mexiko hat es immer ganz verschiedene Busgesellschaften. Die einen fahren nur um Mexiko City herum. Ein paar fahren nur im Norden, ein paar nur im Süden. Wo wir immer schauen, wo man jetzt buchen muss. Und ähm, das habe ich reservieren. Online. Und dann nachher in der Pharmacia habe ich dann das zahlen können. Und äh, das ist noch ganz praktisch. Weil sonst müsse ich wieder irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Leute ansprechen oder fragen, ob sie mit ihrer mexikanischen Kreditkarte mir ein Ticket kaufen können. Und ich gebe ihnen dann nachher das Geld bar. Weil man da ja leider nicht kann mit der Schweizer oder mit der ausländischen Kreditkarte irgendetwas online reservieren oder buchen. Aber das hat jetzt zum Glück alles tiptop klappt. Also ich habe mein Bus-Ticket, ich habe meine Unterkunft in der nächsten Stadt. Ja, ich würde sagen, es kann losgehen. Ich bin gerade noch ein bisschen shoppen. Ich habe noch so ein bisschen Chillerhosen, so ein bisschen Sporthosen gekauft und ein paar kurze Socken für 102 Pesos. Also, ja, habe mich selber ein bisschen überrascht, wie günstig das, das jetzt gewesen ist. Ja, ich bin jetzt wieder in der Unterkunft und äh, ja, ich denke, ich tue das Video an dieser Stelle beenden, weil allzu viel würde ich heute nicht mehr machen. Und, äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und like, ja, like auch. Und abonnieren, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir sich gleich. Bis dann. Ciao, ciao.